jo leute da bin ich wieder gerade frisch gestorben was bestandsaufnahme habe ich mein nanosever wenigstens noch natürlich nicht kein jetpack aber im wlan adapter habe ich was hast du noch eingesammelt marcus was du eingesammelt gib her habe ich noch ein was habe ich noch verloren ja gibt mal her was eingesammelt hast ich lege es so hart wie deine mutter nur weil du zu inkompetent bist jetzt komme ich immer ins haus nein ich komme nicht zu den steindinger hoch auch gott nein ich habe kein check mehr ich habe nichts mehr es werden wir meinen schädel das ist einheit stirbt ist selbstverantwortlich er ist jetzt jetzt darum steht auch ein hässlicher zum körper mit drin gib mir was du noch eingesammelt hast ich habe nicht gesagt ich habe das eingesammelt deine mom alter es hat so geleckt wie deine mutter so hatte jetzt helfen wir den schaden zu beheben möchte schauen dass ich mein schaden oder ein verdammt hast auto was nennt es nicht kolateral schaden ich kann dir vielleicht ein flash anbieten wenn du wirst du wirst du wirst du wirst du wirst du wirst irgendwas hast aber so schlechte laune ich weiß niemanden der schlechte laune hat das ganze zeug wieder kraften wegen dir das musste ich ja wie er mir ich hatte ich nie mal geschlagen ist hat so hart geleckt mit deinem wurde man wie ist das hier ich habe immer mal dein chat pack wenigstens ich gehe mal deine arbeit habe ich nicht einen im system noch das hast du schon und ich hast du schon ich muss auch mal verreckt dann baut du mal das ist eh nichts zu tun gerade nein ich habe schon alles gebaut oder letzte frage habe ich keinen bock einmal zu bauen du brauchst nur ein nano selber machen und ein jetpack deine mama alter aber ist ja was ist gut jetzt an dem ganzen ding ist ein wasser aber das ist nur zu raten es ist jetzt wenigstens symmetrisch schlecht bringen wir mal fleisch markus du hast doch wieder ein ding also ding noch erzählbar mensch stimmt mensch ich habe kein signal bringen wir fleisch menschfleisch oder ja am besten sven kiel ist wenn bitte den kieler hat ja pass auf das bekommt ihr nicht haben wir einen armboss den kann man die umbinden das ist aber schlecht aber ja schade was sehe ich das vielleicht echt ein kilo wirst du ja ein kilo hat das von der fetten groben bitte die berufsschule diese woche der ganze witz nicht kommt manche metzger sagt er hätte gern kill und ihr luker hat das dicken groben sagt die verkäufer ja die hat diese woche berufsschule ich bin mir nicht ganz sicher ist doch alter wie viel wie lange hast du über die das der kilo 1 ich könnte ja auch acht geben aber es wird zu viel für dich für die belohnung für was denn gibt einfach das fleisch rüber und würde ich dann doch gemacht das sind revolutioner positioner install revolution nein könnte jetzt eine waffe kraft mit der ich blöcke sprengen kann und ich kann eine waffe alter dass ich was getötet ich kann doch mehr aufnehmen klar okay natürlich die möglichkeit ist aber die möglichkeit ich bin schon untergegangen egal wieder hochgegangen und war hab auf dich geschissen jetzt passt muss jetzt was ausprobieren das ist jetzt der gelände test kann es sein dass gleich das gelände hier irgendwo ein loch hat was kaputt wie viele hundert stunden dafür gebraucht aber was kaputt alter die tür hier brennt ab alter ich muss das essen ich habe noch sieben kilo fleisch gerade ist überhaupt keinen sound habe ich habe auch keinen sound es werden was machst du hier einfach bullshit hier ist nichts gebaut halt ja wer brennt das ding ab die lava die lava brennt einfach das holz ab ja logisch es wäre noch mal was sie gar nix alter alter du und so alter zeinhalb herzen er weiße so ein scheiß baust du aber mir ein neues nackes selber brauchst du weißt du aber irgendwas nützliches zu bauen ne ich brauche jetzt die ganze zeit auch ein scheiß der kreis 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 ich nicht das futter alter fote besicht der skiletten der junge das ist das auch für freundlich weil ich habe mich jetzt wieder von roten ich werde ich so nicht richtig zu hat für alle nämlich wieder einmischen da kommt der Streitschlechter Jogi, wow, was ist das? Das kann der Streitschlechter, wer hat das mal Bomben Keine Bomben Das ist cool, das ist cool Guck dir das an Wow, das sind zwei Blöcke oder so Oder war da ein Blöcke weg? Ja, die Bomben ist scheiße Schau dir den Holzblock da an Alter Hörst du jetzt mal auf? Spastil Na gut, ich bin wieder da Ah, Lava Du stoppst doch eh nicht, du Spast Keine Energie mehr? Doch, wir haben noch 9000 Megajoule Wie lange haben wir noch? Scheiße, ich hab Rejetback mehr Und ja, die Kabel sind wasser Äh, die Lava fest meine ich Aber ich muss die trotzdem ein Stück nach unten verlegen Oh, Kabel Oh, ne Rüchte Oh, ne Rüchte Oh, ne Rüchte Oh, ja, ja, ja So ist das Leben Ihm So ist das Leben Ihm Du Hohensohn Du Hohensohn What? Du Hohensohn? Ne, doch nicht Du Hohensohn Du Hohensohn Du Hohensohn Alter Was für ein Kind Löwenkind Kennst du nicht Ich kenn dich Aber das wär Pisse Wenn du kein Chatback hast Und liegt kannst Das wär endgültig eh Du wärst endgültig tot gewesen Mit allem sag was du hast Alter Was ist das? So ne Wuchen, ey Mach was gescheit, ey Ey, ich grab hier schon den Graben, okay Du kannst mal hier ne neue Brücke bauen, alter Mach mal ne neue Brücke, die scheiße hier Your Mom, alter Your Mom, alter Mach mal ne Brücke, das ist doch kacke was Ja, ist jetzt eh rum, Leute Ich muss eh offline, deswegen Deine Mom, alter Leg das ab, ey So was Was ist? Ich muss jetzt eh fertig machen, dann Ihr komm, Markus, du musst mal irgendwas mit seiner Mom hier machen Deine Mom macht Ich würde halt wissen, was er mit seiner Mom macht Deine Mom macht Ach, ich brauche unbedingt ein Chatback wieder Ich glaube, ich hab G-Tach da immer eins Nein Und zitten wir dich Und klau dir deinen Chatpack an, wir haben es in die Lava Ganz genau Und alle anderen Sachen auch Und dann de-oppen wir dich Mhm, auf meinem eigenen Server, genau Ja, wo wir dich hinkriegen Oh, verpisst dich einfach mal So, Leute, das nächste Stück, wenn Sven mal soweit wäre, werden wir fast schon fertig geworden Äh, ich bin übrigens komplett durch bis zur anderen Lava-Wand, aber die versucht mich gerade zu rapen Ja, genau, aber 5 breit und so, das hast du nicht überall, aber sonst Wir machen nicht breit halt nicht so Hey, dann ist das ja unsymmetrisch Nein, das heißt schon Wenn du's da breit erwacht, funktioniert's nicht, dann sieht's scheiße aus Sieht's eh Und vor allem ist es da hinten 10 breit und da vorne 5 breit, jetzt erzähl mir nix mehr von unsymmetrie, weil die ist eh nicht mehr da Ich bin es da hinten Ich bin es da hinten Na, geh zurück in deine Lava Das tu nicht Ume Ome Oh mein Gott, bist echt scheiße Na die Lava brauchen Sie? Ich hab noch ein halbes Herz Oh, alter Ich nehm Lände nicht Markus Ja, voll, du machst noch mehr Damage, heißt das, und du machst schon die Dächer wieder zu, ne? Ja, der Futo ist jetzt überall Lava, ich mach nur die Lava weg. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal, mir ist es raus, und ciao!